Die größten Herausforderungen bei meiner Arbeit sind, dass ich täglich auf unterschiedlichen Dächern unterwegs bin, mit unterschiedlichen Materialien zu tun habe. Es wird nie langweilig. Mein Name ist Susanne Müller, ich bin Dachdeckermeisterin und heute auf einer Baustelle in Aachen. Heute machen wir hier auf dem Flachdach Wärmedämmen und Abdichtungsarbeiten und ich bereite den Aufzugsdach vor und dübel Randbohlen auf den Beton. Auf der Baustelle haben wir oftmals verschiedene Materialien zusammenzufügen. Für jeden Werkstoff, sei es Metall, Holz, Stein oder Beton, müssen wir den entsprechenden Bohrer einsetzen. Mit dem Hex erspare ich mir das. Er passt immer. Für mich spielt es keine Rolle, ob ich gerade mit einer Bohrmaschine mit Backenfutter oder einem Schrauber- und Bitaufnahme arbeite. Der Bohrer ist einfach klasse. Ich bin Dachdeckerin geworden, weil ich einfach den schönsten Arbeitsplatz der Welt habe und mit meiner Arbeit erschaffe ich Dinge, die ich Jahre und Jahrzehnte betrachten kann. Ist einfach ein schönes Gefühl. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020